Hä, warst du hier? Da läuft das schon dran? Ich bin auf, dass hier noch alles liegt. Hey, mein Rücken sieht voll kahl aus hinten. Und dann musst du die runterschlagen hier. Ah, okay. Mal mit dir, wir teamen. Wir teamen. Okay, äh... Gehen wir da rein. Komm. Hier, hier, hier bauen wir jetzt unsere... Ja, wir gehen hier hin. Hier ist ein verstecktes... Aber die Enderpecker können wir uns retten. Ja. Der Stock ist wahrscheinlich... Man schlägt einen weiter weg und so. Na guck mal, man macht... Man macht das. Ey, kann ich nicht hinten. Ist auch besser so. Komm nicht hoch. Guck mal, mach einfach nur das. Huh. Na komm, ich zieh mich los. Ja, ich behalte gerne eine Rüstung. Null! Ist dir etwas? Habe ich genau gehört. Komm, da... Da... Wir haben noch eine... Eine... Pieper. Ei. 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 Was ist der wer? Der hau nicht kaputt. Okay. Ich hätte es ja auch pie hochkommen können. Da geht's noch... Ja, zum Dach. Guck mal, da unten sind die ja alle. Ja, altes Flappen. Ja, sieht das aus wie ein Drache. Da. Ich kann mir gut vorstellen, dass das einer sein soll, aber nein. Ich finde allgemein, die Maps sieht nicht gerade... Ja. Schön aus. Ne. Irgendwie nicht so. Na guck, da sind unten welche. Lass sie ihn einfach gegenseitig töten, wir gründen hier einfach jetzt unsere Familie. Okay. Ey guck. Wie... 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 Wie ging das nochmal? Wenn man eine Zitate nach sprechen sollte? Weit weg. Von den Vampiren und den Menschen. Ganz weit weg. Ey, guck mal, mein Skin. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. das geht nicht sofort so ganz geschmückt und hinten ist einfach lokal ja dann macht da mal was drauf oder so ich hätte überlegt kein zu machen habe ich auch kein geld also soll ich dir einkaufen nein werden also soll ich dir einkaufen vielleicht ok werde ich sicherlich eines tages machen ich finde sagen aber dann muss gefällt mir schon wesentlich besser ist der andere denn man kann ja mit optifine ranzoomen und einfach zu gucken was sie machen ich habe gar keine optifine ja die falten da ich glaube ich musste ein bisschen oder hier was hier passiert kann das seien die box moderater weißt du kannst ja ich mache einen schädel das ist wie so ein ameisen lässt uns wenn alles auch nur dein der unterstrich fx meure ist er bei dir auch da ist das ein spectator oder sowas der hier sind wir laufen durch den drinnen ich will auch nicht gerät werden wir schlagen nämlich mehr weil ich will ja nicht sterben ich finde es eigentlich ganz ganz angenehm nicht zu sein und muss ja nicht drauf gehen aber ich gehe auch nicht mehr auf bist du ich werde dir ich sehe dich nicht nein ich bin untergefallen nein ich sterbe ich habe ein halbeswert als ich bin ich verbrenne nein nein heilig ein spaß kannst du kannst mich dann nicht allein lassen Bruder ich wollte jetzt Putsch okay ich bin schon wieder weg ne ach da bist du da rennst du warum ist sie nackt kann man die Hände Null ich hole mir sie ich sehe das klein gegen die Tür also ich fühle das Ding aus ja voll ich habe nur ein herz sie sieht ihre Rüstung an es ist problematisch ja mein Stromverhältnis geht immer nach unten ach so was hat der als nächstes vor ich werde dich beobachten okay er überlegt was er tun soll er läuft er beobachtet wen hat wahrscheinlich wen gesehen jetzt was hast du vor ja er guckt mich den Ball an er hat gesagt ich soll Arena kommen dann geh Arena ne ohne dich nicht ich fag ihn okay ab das ist aber Lava ich habe Lava ich habe Angst warum hast du warum überhaupt Arena sag einfach kein Bock ich habe Schleppern schreib da schreib dummer für mich ok ich habe es war ich habe ich habe also Ah, da rennt wer. Ich glaube der Feind. Komm hast du dir. Und hol dich. Ah! Ah! Oh, ich hole ihn mir jetzt. Eine geile Prämo-Sicht habe ich jetzt zwar nicht, aber man kann ihn ja schön beobachten. Ah, komm. Da kommt noch ein dritter! Wer bist du, hä? Komm, T-Bank. Oh Gott! Ich hatte meine Rüste ganz tief. Ey, ich bin runtergefallen. Nein! Bitte! Nein! Bitte, ich kann noch kein PvP! Ihr habt drei Herzen. Ihr habt zwei Herzen. Oh, ich kann noch. Wir müssen Rückzug. Wir müssen Rückzug. Nein! 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 Ah! Wo bist du? Lauf weg! Lauf weg! Ich habe keine Ahnung wo ich bin! Nein! Oh! Loll! Ich bin tot. Ich rufe es in die Position. Ich habe es verlebt. Lauf weg. Lauf weg! Lauf weg! Lo, 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 lo,le, lo, 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 loo, do, lo, lo, . Verpiss ich doch! kann man in die hölle gehen nein weiter damit kommt was weiß ich kurz für kurz was wissen mit dir aus ab jetzt nicht doch zum haus zu herrscht weiter ich gehe zum gp der schon wieder machen abgaben als ob sie du bist ich habe mit stress anfangen oder somit den komischen angeldingen der klasse kommst du mir kommst du mir wie geht es in gp dauer ich bin in der wand drin ich muss kurz mich wohin teleportieren und hoffnungsland nicht gut du bist du ganz knapp sehr wenig ich habe ein ist er schon wieder da in ruhe bitte ein ab zu essen hat mich kommt kommt laufend aufhine ich komme ja ich hoffe ich sage mal hier gerade aus, ja? Geh weiter zu den Rang, geh weiter da hin. Ich lauf gerade aus, ja? Mach. Ich sterbe mit sich, hab Angst zum Glück. Der kommt zu dir, der kommt zu dir, pass auf! Nein, das ist ein Witz! Nein! Ich bin so tot. Nein, ich bin tot. Ich habe überlebt. Da, 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 da. Wo bist du? Fühlt sich beobachten. Warte. Oh, Geister. Ich geh jetzt nach oben nicht ein. Okay. Uh, 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 uh. Der Klettert die Leiter hoch. Uh, 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 uh. weiter sind zielerei los geht noch weiter okay wo wir noch richtig gegen die klammern ist mein spieler es geht noch nichts hat mich es ist schön wie du versuchst qualvoll der wand hoch zu ziehen mit bier der koppel der drei to catch one boy one boy ich kann jetzt nicht lange muss ich noch wieder hoch muss ich noch hin bist du das um ist da muss und kann ich da hoch opfer er muss doch hoch kommen oh gott ich war gerade in der perleum gucken du du rechst den nein kommt er auch hoch ich gehe normal hoch die heil ab jetzt nicht zu tun hat die daten hat mich auf dem gewissen die team die beiden ich habe eine idee ich mache nach 50 ok ich weiß dass sie sich eine enderpelle machen wollen mach es so und macht bumm ich werde da hoch war voll gemein dass die meinst du thema ist asozial ja sehen die mich oder wissen die wo ich bin wahrscheinlich ja die wissen wo du bist und die schwarzen eltern so ich hab mein herz ich hab mein herz boxing jetzt man vielleicht weil ich mach geile kampfmusik ja einfach da muss was essen ala so ist das ich frage mich wer besser positioniert ist von euch er hatte sein helm kaputt gemacht er zieht sich aus das ist so unverdient das ist das so ja das trofe das können wir noch mal machen ja das ist ein cooler modus eigentlich an sich immer kämpfen kann in der heimatland gibt es auch hier wir sind im lauf okay team blau wird heute nicht der sieger sein aber ich muss sagen dass den besten team kann man hat und man haben kann und dem team es ist eine ehre für dich hoffentlich dass du mit mir in ein team sender ist wo bist du denn mein team kamerad versteck mich so versteckst du dich hast angst von mir ich habe dich nicht gefunden ja es geht los kommt auch sachen oder okay ach so wo wollen wir hin am besten so kann ich kann ich den kaufen müssen der npc typ nein komm her komm her da versteckte sich warum versteckt man den npc jetzt schon haben wir nicht unser ja zum glück ich komme sofort noch was zu essen ist ja gut wir wissen ja auch nicht dass ich da bin die wette ist nicht klar ich wüsste dann immer er kommt die haben dich schon gehört also nie mal die ohren aufmachen denn hier kommt hier rucki der pvp profi er kann was durch und ich würde das bett okay geh rauf wo ist er denn kommt da hoch hinter dir auch mit seinem ding zu schlagen ja ich töte ihn haben getötet da ist noch ein mädchen mit dem schwert habe ihn die sie es die andere die haut ab ja lass sie weg rein lass sie weg rein sie hat keine überlebenschancen nein komm zurück bitte lol wir können den noch holen wir können gelb holen da waren noch ja ich hab gelb wie schlecht sind die eigentlich alle du überlebt ich hab sogar noch ich hab sogar ein kill gemacht ja übertreibst du nicht nee ich hab wirklich ein kill gemacht er spricht ja schon dafür dass die gegner ja nicht allzu gut sind mit schmied gegen da ist nicht mein schmied gegen ein grüner baut sich zu mir gibt eigentlich gold auf dem papier ja in der mitte dann sagt wir doch in der grüner kommt ja ein grüner kommt zu mir ich verschwinde einfach kommt das zu dieser bett oder was ja ach du schaffst das der ist auf dem bau ich komme komm mit ich bin tot ey ich hab unser bett ein bisschen eingebaut er ist auf dem baum oder was der ist da oben irgendwo ich hab mir acht stöcke gekauft hast du schaden bekommen nein ich weiß wo der ist der ist in unserem bett ja der ist an unser bett bau das frei bau das frei bau das frei ich komme nicht dran der ist da oben der ist da oben komm her der haut mich runter da oben ist er im bett ich hab keine hacke ich bin schlau da ich bin doch die picke da wo denn da man weiß nur nicht sterben hast du eisen ja ja habe ich genug ich hab nix ich hab nur einen okay wir müssen wurstgrün ach das unsere nachbarn direkt alles klar wir müssen deren bett kaputt machen die kommt von der anderen seite die sind bei uns beide ja komm her ne nicht komm her einer ist auf dem baum der andere direkt neben uns auf dem baum ja ich hab den einen du wirst stolz auf mich sein fall runter spastiker da ist gestorben aber wir gehen zu grün wollen wir nicht den Umweg gehen dass wir so sicher ankommen so unbemerkt warum komm ich bin runter Spaß ich hab jetzt einen sicheren Weg gebaut wenn du da runterfällst ich rasteig so sicher ist es auch nicht ich bin tot ich bin tot Spaß ich bin tot der hat dich mit der Pause umgekloppt haben wir haben gewonnen okay ich hab gesagt dass wir gewinnen wahnsinnig schlecht noobs noobs alles noobs kann ich bin tot es ist